Da fragt einer, ist es schwierig umzuziehen in ein anderes Land wegen Papiere? Aber ich würde sowieso jedem empfehlen, der das Land verlassen will. Ich sag euch ehrlich, wenn ich so weitermache, ich glaube, so krass in Form war ich noch nie. Da sind wirklich halt auch Pumper am Start, breite Leute am Start, schöne Frauen am Trainieren. Das motiviert natürlich auch, aber also an die Klimaanlage habe ich mich noch nicht richtig gewöhnt. So, jetzt seit Jahren, seit 10, 11 Jahren daran gearbeitet, mir einen krassen Körper aufzubauen und eine Disziplin auch da reinzupacken, so, die ich in fast keinem anderen Bereich so reingepackt habe. Es ist traurig, aber wahr, Sekt Plus wird sich Richtung Ende des Jahres von mir trennen auch. Ich habe die finanzielle Situation, in der ich aktuell bin, da fragt jetzt einer, wieso die Trennung von Sekt Plus? Leon, du könntest was fitnessmäßig in den USA reißen. Generell, mein Ziel ist es, in die Staaten zu gehen und da mein Ding zu versuchen. Nicht nur fitnessmäßig, sondern auch YouTube-mäßig. Ich habe hier zum Ausgleich Tee und kaltes Wasser. Ich brauche den Tee, aber Ginger it in, man. Irgendwie habe ich das mit dem Tee nie aufgehört, selbst wo ich hier bin. Eigentlich macht es gar keinen Sinn, in dem Land hier einen Tee zu trinken, weil es einfach brutal heiß ist. Aber ich weiß nicht, so meinen grünen Tee mit Ingwer muss ich mir gönnen einmal am Tag. Was geht, Leute? Jemmo ist auch da, sehe ich gerade. Jemmo, was geht ab? Wie geht es dir? Alles gut? Da fragt einer, ist es schwierig umzuziehen in ein anderes Land wegen Papiere, wegen Papierkram? Ich muss sagen, ich bin immer noch in Deutschland angemeldet. Wird sich aber wahrscheinlich auch die nächsten Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr, wird sich das auch ändern. Es ist nicht so einfach, sich aus Deutschland abzumelden. Aber für mich macht es auf jeden Fall Sinn. Das steht aber auch noch nicht hundertprozentig fest. Aber ansonsten, also so einfach das Land zu verlassen, ist nicht schwer. Du musst halt schauen, dass du alles vernünftig vorbereitest und musst dir halt genau über solche Sachen halt auch Gedanken machen. Wo willst du deinen Wohnsitz haben? Wo arbeitest du? Wie sieht es mit den steuertechnischen Sachen aus? Wo meldest du deine Firma an? Also über solche Sachen solltest du dir auf jeden Fall Gedanken machen im Vorhinein. Aber ich würde sowieso jedem empfehlen, der das Land verlassen will, erstmal eine gewisse Zeit lang auch im Ausland zu leben halt. Da, wo du leben möchtest oder auch zu reisen. Halt mal aus Deutschland weg zu sein eine gewisse Zeit, um dir halt wirklich auch bewusst und klar zu machen, ob du wirklich in einem anderen Land leben willst oder ob du halt einfach danach doch wieder die Gedanken bekommst, dass du wieder in Deutschland sein möchtest. Also man sollte sich da schon hundertprozentig bewusst sein, aber es ist auch nie zu spät. Die deutsche Staatsbürgerschaft verlierst du auch nicht, wenn du dich aus Deutschland abmeldest zum Beispiel. Also wenn du Deutschland verlassen würdest, dich abmelden würdest, dann würdest du trotzdem immer noch deutscher Staatsbürger bleiben und kannst auch jederzeit wieder zurück. Also da auch nicht zu viele Gedanken machen. Erstmal raus, erstmal reisen, erstmal testen, erstmal gucken, wie es dir gefällt. Erstmal schauen, wie krass du Deutschland und die deutschen Gegebenheiten auch vermisst. Und dann kannst du dir darüber Gedanken machen, wie es sein würde oder beziehungsweise was dann für Dinge geregelt werden müssen, wenn du das Land halt langfristig verlassen willst. Ey Fellas, lass mal einen Daumen nach oben da. What's going on here, man? Endlich mal wieder streamen zu einer guten Zeit, sagt dir Luan. Luan, ich küsse dein Herz. Aber wie gesagt, ich sehe es gerade an den Zuschauerzahlen auf jeden Fall, dass zu den späteren Zeiten hat man schneller mehr Zuschauer. Also ich habe das Gefühl, so 10, 11 Uhr seid ihr alle zu Hause und schaltet auch ein. Ich muss mal schauen, vielleicht mache ich irgendwie zwei Streams die Woche, bevor ich ins Gym gehe. Also jetzt so um diese Zeit wie jetzt gerade, was haben wir? So ein 19, 30 in Deutschland gerade, ne? Und zwei Streams die Woche, wo ich ein bisschen später einsteige. So irgendwas gegen 10 oder so, weißt du? 10, 11. Skrrr. Ja, andersrum, hast du einen deutschen Pass, willst du den freiwillig abgeben? Fragezeichen. Äh, nee Bro, ich habe einen deutschen Pass, ich bin deutscher Staatsbürger, Bruderherz. Ich bin in Deutschland geboren, ich bin Deutscher so, ne? Auch wenn die Hautfarbe anders aussieht, Digga. Also ich bin Deutscher, weißt du? Meine Mutter ist deutsch, meine gesamte Familie ist deutsch. Und deswegen, das kann man mir auch nicht wegnehmen. So. Den Status. Ob der jetzt gerade in der heutigen Zeit noch so viel wert ist, wie er immer war, na, bezweifle ich halt aber auch ein bisschen so, ne? Mit Freiheiten etc., mit Freiheiten etc., ähm, ja, egal. Gehen wir nicht auf das Thema an, sonst musste ich jetzt das ganze Setup wieder ins Treppenhaus rübertragen, da habe ich keinen Bock drauf, Bro. Geile Kette, Bro, fühle ich. Foss auf die Realness, man. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Was wird heute trainiert? Heute sind die, äh, die, die Stanky Legs sind am Start, Bro. Die Beinchen. Die Chicken Legs. Die eigentlich gar nicht so dünn sind, wie sie immer rüberkommen. Insgesamt komme ich dünner rüber, als ich eigentlich bin. Sehe ich immer wieder. Ich hoffe, irgendwann kommt mal wieder ein Kameramann oder jemand, der es schafft, mich aus einer Perspektive zu filmen oder Fotos zu machen, wo ich halt wirklich so breit aussehe, wie ich auch gerade bin. Weil aktuelle Form ist abgefuckt. So. Ich sage euch ehrlich, wenn ich so weitermache, ich glaube, so krass in Form war ich noch nie. Aber ich bin halt auch voll am Durchziehen, ne. Jeden Tag. Jeden Tag. Und ich fick auch Mutter. Ich habe, äh, ja. Ich habe irgendwie, was Fitness angeht, eine ganz krasse Motivation. Weil, Bro, Hand aufs Herz, das Gym hier in Playa Day Carmen gefällt mir gar nicht, Bruder. Also da zu trainieren und da 100% zu geben, fällt mir extrem schwer. Erstens, weil tausend Leute da sind immer. Wirklich tausend Leute. Und ich mag das nicht, wenn zu viele Leute da sind. So ein paar Leute ist natürlich cool. Das Publikum ist auch nice. Da sind wirklich halt auch Pumpe am Start. Breite Leute am Start. Schöne Frauen am Trainieren. Das motiviert natürlich auch. Aber wenn es zu viel ist, Bruder, dann lenkt mich das auch ab von meinem eigenen Fokus, wenn da zu viele Leute drumrum springen, so. Erstens und zweitens die Klimaanlage. Bruder, Klimaanlage ist so ein Ding, da werde ich mich nie dran gewöhnen. Auch hier jetzt gerade in der Wohnung habe ich die Klimaanlage im anderen Raum an und sitze gerade hier. Direkte Klimaanlage. Und die Dinger sind meistens auch dreckig, so. Davon kriege ich dann diese Allergie und meine Nase ist dann am struggeln. Habt ihr auch in den letzten Streams vielleicht mal mitbekommen. Das kommt alles von der Klimaanlage. Also an die Klimaanlage habe ich mich noch nicht richtig gewöhnt, so. Am liebsten sitze ich ohne Klimaanlage, selbst wenn es krass heiß ist. So, da habe ich mich schon dran gewöhnt. Ich schlafe auch mittlerweile fast 70% der Nacht ohne Klimaanlage und es geht. Auf jeden Fall bin ich halt trotzdem voll am Gas geben, was Fitness angeht. Ich gehe jeden Tag ins Gym und reiße mir da den Arsch auf. Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das Fitnessding auch noch irgendwann demnächst Früchte tragen wird, beziehungsweise neue Bahnen für mich eröffnen wird, so. Weil Fitness war schon immer mein Ding und ich habe halt jetzt seit Jahren, seit 10, 11 Jahren daran gearbeitet, mir einen krassen Körper aufzubauen und eine Disziplin auch da reinzupacken, so, die ich in fast keinem anderen Bereich so reingepackt habe. Und deswegen wird es auch mal Zeit, da Früchte zu ernten an der Stelle, ja. Also, auch jetzt mal den Aufruf an alle Leute, falls hier Leute zuschauen, die eventuell irgendwas mit irgendeiner Fitnessmarke zu tun haben, Supplements auch, gerne auch vegan, dann meldet euch mal bei mir, schreibt mir mal bei Instagram eine Nachricht, weil, ja, es ist traurig, aber wahr, Sektplus wird sich Richtung Ende des Jahres von mir trennen auch. Das heißt, ich habe dann keinen Fitnesssponsor mehr, habe keinen Supplementsponsor mehr und bin dann relativ frei, was das angeht. Also, falls es Leute gibt, die Ideen haben, Leute kennen, die eine Fitnessmarke haben, Bock haben, mit mir zu kooperieren, ich sage euch, ich bin gerade in abgefuckter Form und, äh, das wird ein Mehrwert für uns alle sein, ja. Also, meldet euch da gerne, schreibt mich an, langfristig würde ich, am liebsten würde ich meine eigene Marke am Start haben, so, Hand aufs Herz. Ich wollte schon immer eigentlich eine Supplementmarke haben, ein Gym haben auch, ein eigenes. Deswegen, ähm, das wird auf jeden Fall langfristig angegriffen, aber dadurch, dass ich gerade halt mich aus der finanziellen Scheiße so ein bisschen wieder rausarbeite, na okay, so scheiße ist die finanzielle, also, ich habe die finanzielle Situation, in der ich aktuell bin, schwieriger eingeschätzt, als es eigentlich ist. Ich habe gestern, vorgestern habe ich mit meinem Steuerberater telefoniert und da war ich auch leicht überrascht, also, es gibt auf jeden Fall noch einen Weg raus, wenn ich weiter Gas gebe, so. Dann droht auch keine Insolvenz oder so, sondern es wird, äh, 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 weitergehen, wenn ich jetzt weiter Gas gebe, so. Und, ähm, ja, Digga, das hat mich auch motiviert, auf jeden Fall weiterzumachen mit den Videos, etc. Yes, wenn jetzt noch ein geiler Fitnesssponsor um die Ecke kommt, wo man sich erstmal ein bisschen auch finanziell wieder stabilisieren kann, dann, äh, wäre das auf jeden Fall nice. Und am geilsten wäre es natürlich, wenn es jemand wäre, der dann auch Bock hätte, langfristig mit mir, ähm, auch vielleicht eine eigene Supplement-Line oder erstmal, erstmal ein paar Produkte zu machen, so. Weil ich denke schon, dass ich in dem Bereich Potenzial habe, so. Personal Training, Fitnessprogramm, Supplements, auch Fitnessklamotten, also, das denke ich schon. Ähm, da fragt jetzt einer, wieso die Trennung von Sekt Plus? Bro, da stecke ich nicht so drin, ne. Ich habe gestern mit dem Bruder telefoniert, der da für mich zuständig war die ganze Zeit. Und der hat halt gemeint, so, ey, ich habe da schon mal reingehört und so und so, wie das aussieht, äh, Richtung Ende des Jahres wird sich die Kooperation, dann wird die Kooperation dann auslaufen. Wir hatten immer Jahresverträge und am Ende des Jahres ist der Jahresvertrag vorbei und, äh, keine Ahnung, die sehen vielleicht auch nicht mehr, ja, keine Ahnung, Dicker. Kann viele Gründe haben, Bro. Ich sag mal so, die Reichweite ist auch nicht mehr die, die sie mal damals war, so. Das Image in Deutschland ist es auch nicht mehr, was es mal damals war, so. Ich bin halt jemand, der halt auch seine Meinung sagt. Sekt Plus war aber jemand, die sind halt trotzdem am Start geblieben, haben mich weiter supportet. Aber vielleicht lohnt sich das für die jetzt auf Dauer nicht mehr, so. Keine Ahnung, also ganz genau stecke ich da nicht drin, Bro. Weißt du, wie ich meine? Aber es wird auf jeden Fall, ähm, bis Ende des Jahres weiterlaufen, meine lieben Freunde. Also ihr könnt auch weiterhin mit dem Code LEON10 auf jeden Fall 10% abkassieren bei den Kollegen. Und, äh, generell bin ich auch keiner, der jetzt irgendwie dann böses Blut am Start hat oder so, Digga. Ich weiß ganz genau, wie das Business läuft. Weißt du, wie ich meine? So. Der Bruder am Telefon hat gestern auch gemeint, so, ich hätte, ich persönlich hätte dich gerne behalten, weil du halt form- und körpermäßig einer der stärksten bist, so. Aber, ja, Bruder, darauf kommt es halt heutzutage auch nicht mehr so krass an, ne? Auch nicht im Fitnessbereich, so. Sieht man ja auch. Also es geht auch gar nicht mehr darum, ob du Fitness machst oder nicht, sondern halt, ob du eine krasse Reichweite hast, so. Und wenn die krasse Reichweite am Start ist, ähm, dann wirst du auch gesponsert. Da schreibt jetzt gerade einer LEON, du könntest was fitnessmäßig in den USA reißen, ja, äh, erreichen. Das ist auch eigentlich mein Ziel. Sowieso, generell mein Ziel ist es, in die Staaten zu gehen und da mein Ding zu versuchen. Nicht nur fitnessmäßig, sondern auch YouTube-mäßig. Auch Content-mäßig. Also ich hätte auf jeden Fall Bock, definitiv auch Content in Englisch zu machen. Mein Englisch wird immer besser. Von Zeit zu Zeit, in dem, so, so, äh, äh, aus, Sprachfehler, out, man. Von Zeit zu Zeit, seitdem ich hier in Mexiko lebe und immer mehr Englisch rede, wird mein Englisch auch immer besser. Und ich, ich sehe da ein Potenzial auch und ich werde es definitiv versuchen. Und was ich versuche, werde ich auch schaffen. Und deswegen langfristig wird es auf jeden Fall in die Staaten gehen. Dann werde ich da mein Ding machen und dann werden wir schauen, wie es da läuft, so. Eigentlich wäre es geil, jetzt auch einen vernünftigen internationalen Sponsor irgendwie an den Start zu bekommen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt auf die Suche machen. Ich werde mich ran machen, so. Es ist halt immer noch schwer, weil mein Content in Deutsch ist, dann einen internationalen Sponsor zu bekommen, ob die das, ob das sich für die so lohnt. Äh, da muss man mal schauen. Aber es gibt ja auch so Unternehmen wie Biotech zum Beispiel, wo auch Deutsche teilweise drin sind und internationale Leute. Deswegen, das kann schon alles funktionieren. Ich muss da jetzt nur weiter Gas geben, mich weiter aufbauen, weiter hart trainieren und dann eventuell demnächst anfangen, einen neuen Kanal zu machen auf Englisch oder einen von den beiden Kanälen auf Englisch zu switchen oder ab und zu mal ein englisches Video zu machen. Ich habe auch schon ein, zwei geile Video-Ideen. So, ich muss halt gucken, dass ich Step by Step langsam auch versuche, die internationalen Leute zu erreichen, weil ich habe hier auch so viele Leute schon kennengelernt und die verfolgen mich alle auf Instagram und auf YouTube etc. Aber die verstehen halt nichts und die würden gerne auch was verstehen, so. Yeah. Bleib aber neddy, Bro. Natürlich, Bruder. Neddy it in, man. Immer 100% natural und vegan. Ich küsse dein Herz. Das ist eine Lebensentscheidung. Nilsi Bünder hat 5 Schweizer Franken da gelassen, Bro. Danke für den Support. Ich küsse dein Herz. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei, verdammte Scheiße. Gönn it in, man. Mr. Olympia ist heute. Ohne Scheiß? Ob ihr es glaubt oder nicht, im nächsten Vlog, der morgen online kommt, Sonntag, habe ich einen drin, der mitmacht bei Mr. Olympia, Digga. Bro, das war hart. Das war hart, Bruder. Das war harte Motivation für mich auch, so. Weil ich bin schon einer, ich verfolge den Shit schon krass. Auch die ganzen Stoffer, Jungs. Ich mag mir die auch reinzuziehen, so. Und, ähm, Bro, als ich mal so einen Typ dann wieder in Real Life gesehen habe, schon lange nicht mehr so eine Monster gesehen, am Trainieren auch und am Flexen und am Posen und am Machen und am Tun. Wenn ihr meine Story verfolgt, dann habt ihr es schon gesehen. Instagram Story. Mhm. Geil. Wenn es heute ist, dann wird er heute da am Start sein, Bruder. Phil Heath 2.0. Bruder, ich sag dir, wenn ich ballern würde, wenn ich ballern, ich sag dir mit Ansage jetzt. Mit Ansage. Wenn ich ballern würde, würde ich Mr. Olympia starten. Safe. Mit der Disziplin und der Motivation, die ich seit elf Jahren in den Sport reinstecke. Wenn ich noch ballern würde, ich würde aufgehen wie ein Motherfucker, so. So. Und wenn ich mir die Jungs reinziehe, dann denke ich auch immer so, boah, Alter, am liebsten würde ich mal da mitspielen, so in der Liga. Aber du machst dich halt auch kaputt mit dem Stoff, ne? Du machst dich halt auch kaputt, Bruder. Alter, du fickst dich auch krass. Und ich bin halt einer, der sich nicht gerne körperlich fickt, so. Okay, wenn es um Fitness geht, dann ja, da habe ich auch schon ein bisschen was reingeschissen, Alter, wenn ich jetzt überlege. So meine Rückenschmerzen und so, das kommt wahrscheinlich von dem zu viel Gewicht, was ich damals bewegt habe, so. Aber mir da wirklich jetzt Stoff reinzuballern und dann nicht zu wissen, was da genau für Nebenwirkungen alle auftreten, etc. Und ich habe da viel zu viel Angst um meine Balls. So. Ball it out, motherfucker.